Schwarz-weiße Striche, darunter eine Zahlenkombination, jeder kennt die Barcodes, die auf Konsumgüter aller Art gedruckt oder geklebt werden. Seit mehr als 40 Jahren setzen Industrie und Handel auf diese vereinheitlichte Zeichenfolge und das weltweit. Hinter dem Code verbergen sich meist nur der Name des Produkts, der Hersteller und der Preis. Das sei zu wenig Information, sagen Kritiker und sprechen von einem Ende des Strichcode-Systems. Marlene Nowotny hat recherchiert, ob der Barcode wirklich ausgedient hat und ob Konsumenten von einem anderen System profitieren würden. 50 Milliarden Mal piepst es täglich auf der ganzen Welt, wenn ein Barcode von einem Scanner an der Kasse eingelesen wird. Die Striche sind der Datenträger und stehen für eine 13-stellige Zahl, die es möglich macht, den Artikel weltweit eindeutig zu identifizieren. Diese Zahlenkombinationen werden in 111 Ländern von der Organisation GS1 vergeben, die nicht profitorientiert arbeitet. Dass Strichcodes heute weltweit für unzählige Produkte verwendet werden, hängt eng mit der Erfolgsgeschichte des Supermarktes zusammen. Das schnelle Einscannen hat die Wartezeiten beim Zahlen verkürzt und die Lagerhaltung vereinfacht, sagt der Geschäftsführer von GS1 Austria, Gregor Herzog. Da wird das Kassen- und das Warenwirtschaftssystem miteinander verbunden und das Warenwirtschaftssystem bestellt dann nach und die Produkte landen wieder in den Regalen. Wir erleben ja tatsächlich als Konsumenten, dass sehr, sehr selten ein Regal leer ist heutzutage. In dieser Hinsicht funktioniert der Strichcode bestens. Warum unterstellen ihm Kritiker dennoch ein Informationsdefizit? Weil der Code in seiner jetzigen Form keine Auskunft über das Herkunftsland des Produktes, sein Ablaufdatum oder das Gewicht gibt. Informationen, die heute auf jedem Produkt zu finden sind und die man auch kodieren könnte. Das geht, das kann man machen. Es ist die Frage, ob es sinnvoll ist. Und das Hauptproblem eigentlich ist das, Sie müssen sich vorstellen, dass müssen alle Länder mehr oder weniger mitziehen. Neben dem großen Abstimmungsaufwand ergeben sich hier auch logistische Probleme. Datumsangaben sehen in den USA anders aus als in Europa. Bei uns beginnt ein Ablaufdatum mit den Ziffern für Tag oder Monat, in Amerika mit der Jahreszahl. Das heißt, es braucht neue globale Standards. Die zu erarbeiten und einzuführen, kostet allerdings viel Geld, sagt Gregor Herzog. Neue Produktcodes müssten demnach große Vorteile für die Konsumenten bringen, um sich auszuzahlen. Es gibt immer wieder Produktrückrufe aus irgendwelchen Gründen. Da täte man sich leichter, wenn man etwa eine Chargennummer oder ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf hätte. Man könnte sagen, das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bitte nicht mehr verkaufen. Das kann man dann auch an den Kassen sperren. Der smarte Kühlschrank könnte erkennen, ob Joghurt und Milch noch frisch sind oder ob neue Lebensmittel gekauft werden müssen. Informationen über Zutaten, mögliche Allergene, Kalorien oder den Anbau der Lebensmittel könnten in aufwendigeren Codes verpackt und von den Konsumenten mit Smartphone-Apps ausgelesen werden. Doch hier werde das Interesse der Konsumenten überschätzt, meint Gregor Herzog. Ihnen gehe es vor allem um den Preis. Beliebt ist, wenn Sie etwa an elektronische Produkte denken, wo es doch unterschiedliche Preise gibt, dass man auf Plattformen geht, dort durchaus auch mit einem Barcode, den man eingelesen hat und sich anschaut, wo kostet das Produkt am wenigsten. Doch dafür braucht es keine neuen Kodierungen wie den QR-Code. In den Vierecken mit vielen Klötzchen können zwar mehr Informationen untergebracht werden als im Strichcode, aber diese QR-Codes müssen händisch eingescannt werden und können nicht einfach nur über das Lesefeld bei der Kasse gezogen werden. Das kostet Zeit. Sie können heute auf eine Verpackung in den Pixeln der Farbe schon etwas hineinkodieren, also sozusagen ein digitales Wasserzeichen. Die Frage ist immer nur, wie aufwendig ist das Einlesen? Bringt es wirklich etwas? Und ist es nicht eigentlich zu teuer? Allen Unkenrufen zum Trotz hat der klassische Strichcode wohl doch noch nicht ausgedient. Auch GS1 arbeitet an einer Weiterentwicklung des Systems, doch eine günstige, weltweit bevorzugte Alternative gibt es derzeit nicht. Es wird die nächsten Jahre also noch weiter in den Supermärkten piepsen, von Österreich bis China, von Norwegen bis Costa Rica.